hallo leute willkommen bei diesem ls25 fahrzeuglisten video weiter geht's mit den fahrzeugen der woche wir sind bei new holland angekommen was mich erstaunt weil das ist das letzte video von diesem wochenschwung ab morgen gibt es dann hoffentlich den nächsten schwung mit fahrzeug listen videos aber dafür kommt es jetzt um so geballter also new holland den kennt ihr bestimmt schon den tk 4.80 methan power ein ganz kleiner traktor mit einer leistung von 75 ps fährt zwölf stundenkilometer und das besondere ist dass der mit methan betrieben wird kann man zum beispiel aus der biogasanlage gewinnen und da haben wir den bisher noch fehlenden oxbo erbsenernte den edp 540 e hat eine leistung von 396 ps arbeitsbreite 3,8 meter und die kapazität ist 3700 liter für die erbsen der war auch schon bei den fact sheets dabei und den haben wir auch schon in vielen vielen erbsen videos und blogbeiträgen gesehen und von oxbo kommt noch einiges dazu wir haben jetzt die drei großen teuren erntegeräte was da noch dazu kommt bleibt abzuwarten aber wir hatten ja ein ganzes pack mit oxbo und ich nehme mal an davon wird einiges dann auch in den ls 25 kommen jetzt sind wir bei pöttinger angekommen die guten alten pöttingers das ist hit 16.18 t ein wender und zwar ein etwas größerer dafür braucht man eine leistung von 100 ps und die arbeitsbreite ist 17 meter und noch mal pöttinger den jumbo 8450 db dafür braucht man eine leistung von 250 ps und es passen 47.300 liter rein und wenn ihr jetzt vermutet so wie ich auch okay größeren pöttinger ladewagen hatten wir auch im ls 22 aber nicht diesen hier das war ein anderer den wir hatten ja das ist also eine der neuerwerbungen für den ls 25 die kommen heute ganz geballt und noch so eine neuerwerbung für den ls 25 ein großer schwader top 1403 c man braucht immerhin 120 ps leistung und die arbeitsbreite ist 14 meter damit gehört er schon zu den ordentlich großen schwadern und hier von silo king trailed line 4.0 system 1000 plus der große futter mischwagen den wir auch schon bei den fact sheets hatten die benötigte leistung ist 240 ps und die kapazität ist 35.000 bis 45.000 liter das ist ein echt ordentlich riesiger futter mischwagen und hier jetzt noch von sip den r 300f alb ein ganz kleiner band schwader ganz niedlich man braucht aber trotzdem 100 ps leistung das ist bei den band schwadern so dass die ziemlich viel ps brauchen und die arbeitsbreite ist drei meter jo und das war's mit den fahrzeuglisten videos von dieser woche oder ja ja kann man nicht so also mit den mit diesem schwung von fahrzeuglisten videos wenn nichts dazwischen kommen geht's morgen gleich weiter mit den neuen fahrzeuglisten videos ich wünsche noch einen wunderschönen tag vielen dank fürs zuschauen und alles gute bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss